Der Frühlingskalender des Nordharzer Städtebundtheaters. Heute Künstlerischer Gruß. Der Frühlingskalender des Nordharzer Städtebundtheaters. 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 Dieses Auge wie ein Flambeau. Künden meines Geistes Siege. Ich bin ein Zweiter Salomon. Ich bin ein Zweiter Salomon. Dazu der Korpus. Noch in petto mit einem Wort. Ich bin ganz netto. Dazu der Korpus. Noch in petto mit einem Oh. Oh, 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 oh. Ich bin ganz nett und ich bin ganz nett. Vielen Dank, Frau Paulin, für die freundliche Unterstützung. Ich bin ganz nett und ich bin ganz nett und ich bin ganz nett. Ich fühl mich in Prozesse ein und schlichte Sieger schlau und fein. Oh, ich bin klug und weise und mich betrügt man nicht. Oh, ich bin klug und weise, und mich betrügt man nicht. Diese Ausdrucksvollzüge, die ist auch wie ein Flammer, verkünde meines Geistes Siege, ich bin ein zweiter Salomon, den ich weiß, dass man martieren, zu rationieren, zu exfiktorieren, zu blamieren, instizieren, resonieren, maltritieren, unsere Ehezieren rühren, für ein Spiel raffizieren. Mit einem Wort man sich besann, mit einem Wort man sich besann. Ich bin das Mädchen, ein ganzer Mann, ich bin das Mädchen, ein ganzer Mann, ich bin für war ein ganzer Mann, ein ganzer Mann. Nordharzer Städtebundtheater. Ihr Theater im Harz.